Leute, was geht? Lasst einen Like da und lasst einen Daumen, dann werden euch meine Videos gefallen, das ist mir mega nice, meine Leute, was geht? Und da vorne ist Euphor, denn wir haben heute eine mega heftige Challenge, was geht, Bro? Hörte, was geht? Guckt mal! Hä, was ist denn? Guckt mal in die Kisten, das sind richtig krasse Challenges! Ja, Mann, denn Leute, wir machen heute eine krasse Challenge, denn einer muss versuchen, sich zu besiegen, und zwar nimmt man dann hier ein Buch raus, und da steht ja zum Beispiel drin, dass man sich durch TNT besiegen muss. Ich habe einen rausgenommen! Aus dieser Kiste zwei, oder machen wir mal, ja, doch drei Items rausnehmen, egal welche, um die Challenge bestmöglich zu absolvieren, und der andere, der verhindern muss, dass der andere sich besiegt. Okay, ziemlich kompliziert, der darf sich hier auch drei Items rausnehmen, mit denen er verhindern muss, dass der andere sich besiegt. Okay, verstanden! Aber Alpha, du hast ja schon ein Buch gezogen, was steht bei dir drin? Ich gucke jetzt, da steht, oh oh, ertrinken! Was? Du musst mich nicht ertrinken besiegen! Warte, jetzt darf ich mir drei Items rausnehmen, um zu verhindern, dass du mir hier Minecraft ertrinkst! Was kann ich jetzt hier noch nehmen? Vielleicht den hier, der kann mir helfen! Warte, drei Items, ich nehme das da, das sind das Seine-Item, weil ich brauche die ganze Rüstung, und Wasser... Den Team bringt gar nichts im Wasser, oh nein! Na, das da und das, okay, Alpha, ich bin bereit! Ich auch, ich habe mir zwei Potion rausgenommen! Nice, Mann, ich werde dich jetzt beschützen, Alpha! Das wirst du niemals schaffen! Doch, natürlich! Okay, bist du bereit? Ja, ich bin bereit, let's go, Alpha! Ich auch, let's go, ich werde dich besiegen! Warte, Warte, Warte! Komm, Zombie! Oha, das Mutant, Zombie, das wusste ich gar nicht! Und ich habe noch einen Gift dran getrunken! Alpha, du musst durch den Zwick gesiegt werden, nicht durch den Zombie! Oh, ich dachte, der kann mir ein bisschen helfen da oben, aber nein! Du kannst mich hier abhalten, aber Alpha, ich habe dir gerade einen Trank zugeworfen, da kannst du dich ertrinken! Äh, ich habe nur noch ein Herz, ne? Und mit dir muss stehen, dass du durch den Trinken gehobst gegangen bist, Alpha! Nein, ich habe Monster-Pricing, noch 30 Sekunden, Ente, wie lange habe ich Zeit? Boah, ich weiß nicht, auf jeden Fall werde ich es schaffen, Mann! Nein, ich glaube eigentlich nicht, weil gleich ist die Zeit, Moment, äh? Du hast noch 20 Sekunden, Ente, ich wollte dich aus dem Wasser ziehen mit der Rüstung! Oh, nein! Das hält dich, jetzt haben wir dich besiegt! Nice, Mann, okay, perfekt, das heißt, die erste Runde habe ich gewonnen! Äh, okay! Okay, Alpha, jetzt muss ich eine Minute versuchen, mich zu besiegen, und ich nehme ein Buch, welches nehme ich das da? Let's go! Oh, ich muss verhungern, was? Oh, das ist richtig schwer, ich weiß, was man da nehmen kann! Boah, verhungern ist gar nicht! Hey, Chicken! Und den Hunger-Potion, oh oh! Okay, let's go, Alpha! Und ich glaube, ich habe auch gute Ideen, wie ich dich retten kann! Echt, jetzt, ich glaube, ich werde doch bekommen den Hunger! Nein, ich bekomme was dazu! Ich habe Glück und Slowdust 3 bekommen, so warte mal! Ente, du hast eine Minute in Zeit, die Uhr tickt! Ja, jetzt habe ich den Hunger bekommen! So, jetzt mache ich dich, habe ich getroffen? Nein, ich glaube nicht! Ich muss verhungern! Ja, ich habe schon den Hunger-Effekt bekommen! Nice, Mann! Also, so schnell, wie kann das sein? Ente, hau damit! Ente, kriegst du schon Schaden? Der Effekt ist weg, aber ich brauche an sich Hunger! Aber ich bekomme kein, was soll denn das? Nein! Ja, du hast auch gar keine Herzen, Ente, du hast nicht mehr viel Zeit, ne? Die Uhr tickt! Oh nein, die Challenge ist ja voll schwierig, das geht ja kaum! Und ich muss meine Items nicht mehr benutzen, weil du gar keinen Schaden kriegst! Ja, das ist viel zu einfach, ey, nein! Und komm bitte! Und die Zeit ist um Ende! Warte, ich habe es nicht geschafft, zu verhungern! Ach, Menno! So, ich kann mein Items zurücklegen! So, was kommt jetzt, Alpha? Alpha, jetzt ziehst du ein Buch! Ich ziehe ein neues Buch und let's go! Bitte kriege ich was Gutes, komm schon! Zombie! Jetzt muss ich ein Zombie besiegen, let's go! Oh, Mann, du hast voll schon den Mutant-Zombie rausgenommen, aber der hat jetzt mehr genutzt, glaube ich! Nein, 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 hier ist der Zombie-Miner, der wird mich ganz schnell besiegen! Der hat eine Waffe, glaube ich! Okay, warte da, nehme ich mir mal das raus! Und, warte, was nehme ich mir noch raus? Ich glaube, ich nehme das raus! Okay, ich habe jetzt drei Items, Alpha! Ich muss unter Bäume gehen, sonst kriegen die Zombie-Feuer! Komm mit! Ja, stimmt, du bist schlau! Ich denke, du hast nur eine Minute Zeit, Bro! Wo geht die Minute los? Die ist schon losgegangen, Alpha! Okay, let's go, Alter! Komm schon, der Zombie, es besiegt mich schnell! Ja, die machen mir richtig viel Schaden! Komm schon! Nein! Ja, die habe ich auch besiegt! Aber zählt das? Das war doch Feuer! Aber der Zombie hat mich halt berührt! Ja, okay, aber das zählt, Mann! Ey, ich wollte den Zombie besiegt! Ja, Mann! Ich hatte eine Laserwaffe dabei und ein Schwert! Die Zombies habe ich besiegt! Nice, Mann! Das ist ja so unfair! Und jetzt sehe ich das nächste Buch! Let's go! Und ich habe Gift! Gifts? Oh, gibt es ja noch Gifttränke? Ja, gibt es? Nein, gar nicht gut! Ich brauche das hier! Wollen wir durch Gifttränke? Ich meine, wir machen das einfach so, dass ich auf dem Halbherz dann selber mich besiegen darf, okay? Okay! Okay, let's go! So, ich trinke jetzt mal meinen Poison-Trank! Let's go, Hänse! Bleib schön hier! Hey, ich bekomme ein Gift, Hänse! Können wir nicht wegschwimmen! Hänse, bleib hier! Ja, aber ich bekomme Gift, ja! Okay, es klappt wunderbar! Hänse, warte kurz, warte kurz! Nein, 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 nein! Alles gut, alles gut! So, einmal Heal-Potion getroffen! Hänse, Bogen weg! Wo warst du ein Bogen? Oh, oh! Der ist mit Giftfall ausgestanden! Ich habe ein halbes Herz, so! Was wird schöne Wasserhänse? Du darfst keinen Fallschirm mehr kriegen, oder? Also, sei noch weg vom Pfeil! Ich muss deine Pfeile abhalten! Nein, weil die darfst du nicht abhalten! Ich habe ein halbes Herz, so! Und, komm her! Ich muss die Pfeile, komm schon, Pfeile, ihr müsst mich treffen, bitte! Nein! Ja, die habe ich getroffen, gut so! Du wirst es niemals schaffen, Hänse! Du wirst es niemals schaffen, Hänse! Und, ja, Bessie! Nein, wie? Mit dem Giftfall habe ich mich selber besiegt! Okay, Alfa, jetzt nehmt du da die nächste Prüfung raus! Du hast mein nächstes Buch, und... Durch den Void? Ich muss dich ganz da unten durchbauen! Ja, dann überleg mal, welche Alte hier dabei holen können! Und ich brauche die, mit denen ich das verhindere! Oh, ich habe hier die Bedrock-Spitzacke gefunden! Oh nein, du hast sie echt gefunden! Okay, Alfa, ich bin bereit, ich habe drei Items gepickt! Ich auch! So, und let's go, die Minute geht los! Los, Granaten, ich muss mich schnell durchbauen, beilt euch! Ich glaube, so schnell kommst du nicht zum Ende, Alfa! Doch, Hänse, warte mal, guck mal jetzt! Guck mal, wie schnell das geht! Oh, oh! Und jetzt schnell runter hier! Ich muss mich beeilen! Hey, auf, dich runterzubauen, Alfa! Wo bist du? Ah, da bist du! Das war's, Hunde! So, warte mal, ich werde dich jetzt einfach einfrieren! Komm her, dann kannst du dich nicht runterbauen! Bringt nix, Hänse! Natürlich bringt es was, und jetzt mach ich Co-Web! Ja, guck mal, wie schnell das wegging! Ich bin wieder unten! Und? Ich bin fast da! Komm schon! Ich hab mich selber getroffen, Leute, ich muss schnell da runter! Wie tief geht das noch? Das kann doch nicht wahr sein! Was ist hier los? Und hier ist schon Bedrock! Guck mal, Hänse! Hä, was? Ich werde den Bedrock jetzt abbauen, und dann fliege ich runter! Nein, das werde ich verhindern, Alfa! Und dann fliege ich runter! Einen hab ich schon abgebaut! Nein, ich hab mich ja selber im Co-Web festgesetzt! Das war selten nämlich, Sir! Ich hab schon den zweiten Bedrock abgebaut! Wie viele sind da? Jetzt der dritte? Komm schon! Da kann nicht mehr so viele sein! Alfa, hör auf, Bro! Und? Komm schon! Ich muss hier noch kriegen, bitte! Ich muss hier runter! Bitte! Und? Wo ist das Wasser? Wo ist das Wasser? Yeah! Ich bin runtergefallen, Hänse! Hey! 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 Leute, die Co-Web-Kanone war total die falsche Wahl, um Alfa aufzuhalten! So, dann packe ich meine Items wieder ein! Weil ich jetzt eine andere nehmen soll! Okay, was kommt jetzt? Es kommt! Oha! Explosion! Oh, oh! TNT, oder was? Das wird ganz einfach aber drei einzusichern! Nehme ich das da und die da! Okay, Alfa! Drei! Bist du bereit? Na doch nicht, Moment! Überleg dir gut, was du mitnimmst! Ich hab gute Items, ich bin bereit! Okay, drei, zwei, eins, let's go! Let's go, Alfa! Versuch's doch! Ja, das will ich auch so! Wer zwei werfen die alle dahinter! Ja, ja, ich kann dir... Das bringt dir nix! Nein, Alfa! Mach dir keinen Schaden, hör auf damit! Warte mal! Wer muss noch Wasser? Nein! Oh, oh! Gar nicht gut! Alfa, ich bau die ganzen Blöcke wieder ab! Hör auf! Du wirst keinen TNT-Block anzünden, das kannst du vergessen! Bleib schön hier, Alfa! Nein! Nein, bitte nicht! Überlebe, bitte! Komm schon! Überleb! Bitte! Hast du überlebt? Komm schon! Ja, nein! Hä? Bist du raufgegangen, Alfa? Ja, ich hab's gepackt, ey! Ich hab mich in die Luft gesprägt! Oh nein! Perfekt! Als ob das geklappt hat! Okay, warte mal, wie steht's denn jetzt eigentlich? Ich glaub zwei zu zwei, oder? Kann sein! Okay, dann machen wir zwei zu zwei einfach! So, warte! Jetzt nimmst du das nächste Buch und... Ich hab durch Pfeile muss ich mich besiegen! Was? Durch Pfeile? Okay, dann hab ich schon eine Idee, was ich hier nehme! Leute, so, warte mal! Das ist viel zu einfach, ich bin schon bereit! Nehm wieder die Rüstung! Da brauche ich noch zwei Eitem! Nehm ich den mit? Und was noch? Ja, das da, okay! Alfa, ich bin bereit! Let's go! Let's go! Komm schon! So! Ich hab dir Diamond Skin und helft, Booth! Krieg dir nix! Oha! Ich krieg richtig viel Schaden! Ich hab nur noch vier Herzen! Die Pfeile sind richtig OP! Ja! Nein, Mann, du darfst nicht, Alfa! Ich muss nicht immer wegziehen! Dass du nicht deine Pfeile triffst! Aber jetzt sag ich, du bist schön weit weg von mir! Jetzt kann ich mich besiegen! Ich kann mich wegziehen! Wieder komm her, Mann! Also meine Effekte dir sind... Ja! Ich hab mich besiegt! Nein, du hast gewonnen! 3 zu 2! Okay, da bin ich wieder dran! Und ich muss durch Fallschaden draufgehen! Okay, da weiß ich schon, was ich nehme! Ich überlege doch, oha, ja, das nehme ich! Und was auch am besten! Ich hab meine Einzelne schon bereit! Ich hab sie auch gleich! Ich brauche nur mein drittes! Okay, Alfa, ich bin bereit! Let's go! Oha, du hast eine Minute Zeit! Ernst, guck mal, mit was ich dich getroffen habe! Du hast mir Slow-Folge gegeben! Wie lange geht das? Eine Minute 20, glaube ich! Ja, mal gucken, wie du dich jetzt besiegen kannst! Warte, ich hab ne Idee, was ich mache! Also, du kannst dir die Wiederfallschaden geben! Ich hab mir noch Wasser! Ich hab alles! Ich bin vorbereitet! Du bist so gut ausgerüstet, bist du denn ernst? Ja, bin ich! Ey, Alter, der hat euch dann alles gedacht! Der hat Wasser! Der hat dieses Fliegpack! Und den Tramp, Mann! Du hast die perfekten Items gepickt, um mich zu kontern! Der hat uns Slow-Folge gegeben! Ja, du kannst dich nicht mehr besiegen! Oha, das ist der perfekte Konter, Mann! Bist du? Du machst dir aus wie Nidor mit meinem Pfeil im Kopf! Was geht, Mann? Leute, ich kann nichts mehr machen! Slow-Folge geht zu lange! Ja, hier ist die Zeit schon rum! Dann hab ich gewonnen! Mann, und? Warte, mach ich dir mal mein Pack aus! Warte, kann ich nicht einfach vom Baum springen? Geht das nicht einfach so? Ich probier's mal! Und let's go! Nein! Das sollte eigentlich nicht gehen! Nein, wir sind so langsam! Okay, du hast gewonnen, Alpha! Ja, let's go! Nächste Kiste! Und meine Challenge ist, ich muss mich durch Feuer besiegen! Dann weiß ich auch schon, was ich nehme! So, das hier und das da! Okay, ich bin bereit, Alpha! Ich brauche meine drei Items! Ich muss weglaufen! Du darfst dich nicht treffen mit Feuerresistenz! Nein, komm zurück, Alpha! Du darfst dich nicht treffen! Bitte, Ente! Hau ab, Mann! Du musst dich nicht auf, Mann! Komm schon! Hab ich dich getroffen? Ah, ich kann mich gar nicht selber treffen! Oh, nein! Ja, perfekt, ey! Ich kann mich anziehen auf jeden Fall schon mal! So! Hab ich getroffen? Ich glaub nicht, Ente! Ich hab den Effekt nicht! Nein! Hast du noch einen Wassereimer? Nur noch der Wassereimer könnte dich retten, glaube ich! Ich hab nur noch drei Hertz, Ente! Nein, bleibst dich! Ungefähr! Nein! Nein, du hast Wasser weg damit! Bitte! Mach das Wasser weg! Bitte nicht! Ein Hertz! Nein! Und kommt... Nein! Komm schon, Ente! So wenig! Geschafft! Aber macht mein Push nicht gewirkt! Den hab ich noch gewonnen, Ente! Nicht getroffen, Ente! Ach, Mann, du bist so gut grad! Oh, die letzte Challenge! Schwarze Monster! Oha! Oh, jetzt alle Monster! Nicht nur Zombies, sondern... Oh, oh! Guck mal, was es da für Monster gibt! Gar nicht gut! Nein! Ich muss dich beschützen! Oh, ich weiß schon, welche Eiz-Upsich nehmen! Ich hab meine Eiz-Upsich! Ich bin bereit! Ich doch nicht! Moment! Okay, ich bin auch bereit, Ente! Ich werd dich beschützen! Let's go! Und... Viel Glück, Ente! Was macht dich denn? Nein, 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 nein! Spür du nicht angreifen! Sonny greift schön mich an! Und du greifst mich an! Nein, nein, nein! Ich werd dich beschützen! Das war's! Nein! Nein! Ich hab dich getroffen! Das tut mir leid! Oha! Aber ich glaub, trotzdem hast du heute gewonnen, Alfa! Roman! Lass ein Like da! Lass da, Mutter! Ich war dann schon bald vorbei! Tschüss! Alter auch! Tschüss! Tschüss!